Vier Wochen lang, fast täglich unterwegs, Wildkameras aufgehängt und ausgewertet. Dabei 17 befahrene Dachsbauer gefunden und keinen einzigen Fuchsbau. Langsam kam Verzweiflung auf. Dann der rettende Anruf nahe der Lüneburger Heide. Mein Freund Thomas hat für mich gesucht und nach gut 400 Kilometern Autofahrt durfte ich diese Jungfüchse wild live filmen. Ganz herzlichen Dank an dich, Thomas. Musik 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 Musik